Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 236. Mal bei Hoaxzilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoaxmistress Alexa. Ja, die euch natürlich auch herzlich begrüßt zu dieser Folge und sich außerordentlich freut, dass bei ihr wie immer der wunderbare Alexander Hoaxmaster ist. Und wir haben den 31. August. Das war diesen Moment sehr knapp. Einfach schon haben wir noch. Das war alles ein bisschen knapp. In diesem Monat. Aber trotzdem wollen wir euch eine zweite Folge natürlich noch zukommen lassen in diesem Monat. Und da ist aber jetzt der 31. August. Das können wir auch schon wieder einen ganz kleinen Blick auf die Einnahmensituation werfen. Und es ist also wirklich grandios, wie ihr uns unterstützt. Ja, ihr seid wunderbar. Vielen, vielen Dank an euch da draußen. Genau. Wir nähern uns nämlich fast unserem Ziel. Also es fehlt nicht mehr viel. Super, super gut. Und in der heutigen Episode geht es dann auch um ein Thema, das sich vor ein paar Wochen per E-Mail gewünscht worden ist. Und das wäre dann aber doch so relevant aus verschiedenen Gründen, dass wir es jetzt aufgegriffen haben. Aber das machen wir natürlich später. Denn jetzt hat Alexa, sie guckt mich schon ganz lächelnd an, eine schöne Geschichte für euch vorbereitet. Ich möchte die heutige Story mal ganz einfach als Frage formulieren. Und zwar lautet diese Frage, ist eine schriftliche Frage an die Bundesregierung aus dem Jahr 2018, die derzeit im Internet herumgeistert, in der die Fraktion von Bündnis 90 die Grünen nach den Protokollen der Regierung fragt im Falle eines außerirdischen Erstkontaktes echt. Ich lese einmal diese Frage vor, wie man sie auch im Netz findet. Welche Vorkehrungen, Protokolle oder Pläne für einen möglichen Erstkontakt mit außerirdischem Leben gibt es auf Seiten der Bundesregierung und der ihr unterstellten Behörden? Und in welchen konkreten Fällen war die Möglichkeit eines solchen Kontaktes Gegenstand eines bi- oder multilateralen Gesprächs mit anderen Staaten? Also nochmal, ist diese Frage an die Bundesregierung, die im Netz herumgeistert, echt oder nicht? Interesting. Mal gucken. Die Antwort findet ihr wie immer am Ende der Sendung. Thema der Woche Ja, die heutige Episode dreht sich um Bob Lazar oder vielmehr Robert Lazar, wie er ja eigentlich heißt. Und Philipp hatte uns eine Mail geschrieben, unser Herr Philipp, den wir an der Stelle begrüßen, der eine Dokumentation auf Netflix gesehen hat, eine recht aktuelle Dokumentation, wo es nochmal um Bob Lazar geht. Und seine Geschichte in der kurzen Fassung, dass er rund um die Area 51 in der sogenannten Section 4 gearbeitet hat und dort Alien-Technologie reverse engineering sollte, also ein Antrieb eines UFOs letztendlich so untersuchen, dass man den nachbauen kann. Also er spricht immer davon, also er hat 1989 Interviews gegeben und das Ganze gibt es jetzt auch in einer Netflix-Doku, die recht frisch jetzt dort zu finden ist. Er behauptet, die Regierung, also die Amerikaner hätten also in dieser Area 51 neun außerirdische Fluggeräte, die teilweise intakt sind, teilweise aber auch auseinandergenommen werden, um halt ihre Antriebssysteme studieren zu können. Er sei daran beteiligt gewesen, sei also vertraut mit der Technik, die sonst kein Mensch auf dieser Welt besitzt, weil sie gar nicht existieren kann. Und er sei aber eingeweiht gewesen in dieses Projekt und sei nun dazu entschlossen, ja widerwillig aber doch seine Geschichte der Welt zu erzählen. Ja und Philipp war jetzt ein bisschen irritiert, weil er die Doku für sich genommen sehr schlüssig fand. Er hat dann geschrieben, er hat ein bisschen im Netz rumgeguckt und er hätte jetzt keine wirklichen Beweise gegen die Geschichte gefunden, sei aber eigentlich Skeptiker und sei jetzt sehr irritiert, weil er das alles nicht einordnen könnte und hatte uns gefragt, was wir denn von der Geschichte halten und ob wir dazu eventuell sogar einen Podcast machen. Und tatsächlich Bob Lazar war uns ein Begriff, der stand auch auf der Liste drauf, wir haben aber gar nicht geplant gehabt unbedingt Zeit dazu eine Folge zu machen, weil wir ja auch immer wieder mal Alien-Folgen oder UFO-Folgen haben. Wir haben uns aber auch die Doku angeschaut und... Also um es mal vielleicht gleich vorauszuschicken, damit Philipp sich jetzt keine Sorgen macht, ich kann das total gut verstehen, dass er irritiert war und vielleicht auch noch ist, weil die Doku auf recht subtile Art und Weise und auch recht manipulative Art und Weise mit den Erwartungshaltungen der Menschen spielt. Also das ist schon irgendwie nicht schlecht gemacht. Insofern, wenn man jetzt kaum andere Informationen zur Verfügung hat und vielleicht auch nur die ersten paar Einträge im Netz sich anguckt, die man da so findet, dann kann ich echt gut verstehen, wenn einen das so ein bisschen aus dem Konzept bringt. Und das ist genau das Problem natürlich, dass man jetzt bei so Streaming-Sendern auch solche Dokumentationen gibt. Ich weiß gar nicht, ob es immer noch ist, aber The Secret, darüber haben wir ja auch eine Folge gemacht, ist ja auch zumindest eine Zeit lang verfügbar gewesen bei Netflix und man hat also da Unterhaltungsprogrammen, Dokumentationen, die durchaus gut sind. Bei Netflix aber dann auch Sendung über Bob Lazar oder auch The Secret und nicht nur wollen wir uns die Person Bob Lazar und seine Behauptungen hier in dieser Episode anschauen, sondern vielleicht auch mal darauf eingehen, Alexa, warum so eine Dokumentation ja so wirkt und was so die Tricks, so nenne ich es, des Filmemachers waren, sozusagen in dieser Dokumentation ein ganz schlüssiges Bild abzuliefern. Vielleicht noch eine Sache vorausgeschickt, also was wir in dieser Sendung, um auch uns selber nicht unglaubwürdig zu machen, nicht tun werden, ist, dass wir die sozusagen die Physik von Bob Lazar auseinandernehmen. Also jemand, der sich da einliest und auch mal, es gibt wirklich Seiten, die wir euch verlinken können, wo Physiker sich angeguckt haben, was erzählt der da eigentlich en Detail und kann das so hinkommen oder nicht, die sich das angeguckt haben und die natürlich zu einer Überzeugung gekommen sind. Das ist zwar, also irgendwie, also er redet die Leute zu, also er erzählt wahnsinnig viel, aber aus Sicht eines tatsächlichen Physikers, eines Wissenschaftlers hat das irgendwie nicht so Hand und Fuß. Wir werden das jetzt hier im Einzelnen nicht aufdröseln, aber wir können euch halt Seiten verlinken, wo das recht genau und schlüssig gemacht worden ist. Also das kann man dann hinterher sich anschauen, wer das möchte. Wir wollen eigentlich ein bisschen eher drauf eingehen. Warum ist das so faszinierend? Warum schenken die Leute ihm immer noch Glauben? Das heißt, er war ja lange in der Versenkung verschwunden, aber ist jetzt durch die Doku natürlich wieder aufgeplöppt und im Bewusstsein der Menschen angekommen. Und was stecken da für Motive dahinter und wie funktioniert das, was Bob Lazar macht? Ich habe es ein bisschen mit der Physik schon vorgegriffen. Das ist einer der zentralen Kritikpunkte natürlich. Können wir ein paar Sachen auch so sagen. Die Aussage neben all dem Point-to-Point-Kritik an Bob Lazar ist, dass ein Physiker dann am Ende der Kritik sagt, er redet so, wie ein Nicht-Physiker sich einen Physiker vorstellt und wirkt damit glaubhaft. Allerdings, wenn man Ahnung von Physik hat und von all den Konzepten, die Bob Lazar berührt, wenn man sich da also auskennt, wird sehr schnell deutlich, dass er eben kein Physiker ist und das, was er erzählt in beiden Teilen auch gar nicht mehr dem aktuellen Forschungsstand entspricht. Aber holen wir das Ganze nochmal ein bisschen zurück und sollten vielleicht auch nochmal sagen, und da fangen wir vielleicht auch an, diese Dokumentation und die Strategie in der Dokumentation, aber auch die Strategie von Bob Lazar anzufassen. Und der Bob Lazar wird nicht müde zu betonen und das eigentlich konsistent seit 1989, also jetzt dann seit 40 Jahren, dass er sich selber auch gar nicht glauben würde und dass er auch gar nicht in der Öffentlichkeit stehen möchte und dass ihm das alles eigentlich unangenehm ist und er jeden verstehen kann, der ihm nicht glaubt. Aber es sei wahr. Aber es ist halt die Wahrheit und er muss sie leider verbreiten und das ganze Nitpicking, was an seiner Person betrieben wird, das sei völlig unwichtig, weil wir werden uns nachher über seinen persönlichen Hintergrund ein wenig austauschen und werden uns das anschauen. Und seine Ausbildung und seine berufliche Bildung, da sagt er, ja, da kann man sich drüber streiten, über meine berufliche Bildung, aber man verliert dabei ja aus den Augen, dass wir Alien-Technologie bei uns auf dem Planeten haben. Das ist eine sehr geschickte Strategie, denn natürlich muss man aufpassen, das erleben wir auch immer wieder in der Skeptikerszene, dass man sehr schnell dabei ist, bei so einer Person Atominen-Angriffe zu machen. Also die Person durch ihr Leben und durch Dinge, die in dem Leben passiert sind, zu diskreditieren und dann zu sagen, deshalb erzählt er nicht die Wahrheit. Wir werden nicht umhin kommen, auf einige, ja, unklare Dinge oder vielleicht auch erfundene Dinge in der Biografie von Bob Lazar einzugehen. Aber insgesamt ist das kein Angriff auf seine Person, sondern der Versuch, natürlich seine Biografie nachzuzeichnen. Und innerhalb des Nachzeichnens der Biografie sind dann aber wichtige Hinweise darauf, ob die Geschichte, die er ja sagt, die große Geschichte muss man sehen, überhaupt so stattgefunden haben kann. Und deswegen ist es in dem Fall wichtig, gewisse biografische Details in seinem Leben abzuklopfen und nicht, um ihn als schlechten Menschen dastehen zu lassen, sondern das brauchen wir, um sozusagen uns die Geschichte von Bob Lazar im Großen und Ganzen anzuschauen. Ja, also wenn wir mal anfangen, uns ein bisschen an seiner Biografie entlang zu hangeln, ist natürlich ganz entscheidend die Frage, was für einen fachlichen Hintergrund hat Bob Lazar. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass er, wie er behauptet, an der Nellis-Anlage, Anlage, also das, was wir so gemeinhin Area 51 nennen im Volksmund, zu arbeiten an geheimen Projekten und da auch die höchsten Stufen der Sicherheitsklassifikation zu erhalten, also quasi im Protokoll auch einen Blick zu nehmen, die kaum ein anderer zu Gesicht kriegt etc. Bob Lazar hat schon früh von sich behauptet, er sei Physiker, er hat tatsächlich mal gearbeitet in Los Alamos und wer jetzt bei diesem Namen Los Alamos zusammenzuckt, ja, das ist das Los Alamos, wo auch das Manhattan Project stattgefunden hat. Wir reden vom Los Alamos National Laboratory, wo also diese Projekte angesiedelt waren oder das Projekt angesiedelt war und jemand, der auch daran beteiligt war und der hinterher auch im Zusammenhang mit Bob Lazar's Namen öfter mal auftaucht, ist ein gewisser Mr. Teller, der da tatsächlich als Physiker gearbeitet hat am Manhattan Project, der Vater der Wasserstoffbombe, auch eine etwas schwierige Gestalt. Da möchte ich jetzt aber nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das würde zu weit führen. Um ganz kurz abzuschweifen, dieser Teller wurde irgendwann mal auch auf Bob Lazar angesprochen und hat sich dann wohl offensichtlich in diesem Interview so ein bisschen gewunden. Es war ihm wohl irgendwie so ein bisschen unangenehm und er wollte nicht wirklich über Bob Lazar sprechen und das wurde dann von den Anhängern Bob Lazar's auch immer zum Anlass genommen, zu sagen, ja, da muss doch dann bestimmt was dran sein, dass Teller mit Lazar was zu tun hatte und dass die da an geheimen Projekten etc. pp. Vielleicht so viel mal dazu. Lazar behauptet von sich, er habe Abschlüsse in Physik sowohl vom Caltech, also California Institute of Technology, als auch vom MIT, also Massachusetts Institute of Technology. Und das ist natürlich für jemanden, der dann an solchen Projekten arbeitet, eigentlich ein ganz guter Leumund. Das große Problem an der ganzen Geschichte ist, da fängt es schon an, schwierig zu werden. Es gibt leider keinerlei Hinweise darauf, dass er tatsächlich dort eingeschrieben war, Physikkurse besucht hat, geschweige denn irgendwie eine Abschlussarbeit zu Wege gebracht hat. Und er behauptet immer ganz gerne, dass ja die Regierung, weil er natürlich zu unangenehm wurde, alle Hinweise darauf gelöscht habe. Und das ist natürlich eine ganz praktische Behauptung, was allerdings ein bisschen frappierend ist. Es gibt einen Herren, der sich auch ganz intensiv mit ihm beschäftigt hat, einen Stanton Friedman und der hat, also war mal irgendwie dabei, als öffentlich Lazar diese Frage gestellt wurde, wie war denn das jetzt mit dem Abschluss am MIT zum Beispiel, wann haben sie den denn gemacht? Und da wusste also, er hat irgendwie Lazar so ein bisschen rumgedruckst und hat dann gesagt, ja, muss wohl so irgendwie 82 gewesen sein. Und da, also der sagt halt auch, es ist halt schwierig, jemand, der wirklich einen Abschluss am MIT gemacht hätte, der wäre wahrscheinlich eher dabei, genau zu wissen, in welchem Jahr das gewesen ist. Also für alle, die studiert haben und an der Uni einen Abschluss gemacht haben, egal wann ihr das gemacht habt, also der Prof, der euch betreut hat im Rahmen eures Abschlusses, den hat man einfach, den kann man nicht vergessen. Da muss man auch nicht überlegen. Und tatsächlich bei mir ist das jetzt auch ein paar Jahre her mit dem Omni-Abschluss, aber ich rechne ein Kurzwort. Ich weiß das bei mir auch noch recht genau. Also soll nur heißen, das ist schon auch ungewöhnlich. Selbst wenn man anfängt im Jahr zu rechnen, wenn es dann vielleicht wirklich 40 Jahre zurückliegt, und man sagt, wann war es denn jetzt 41 oder 42 Jahre zurück? Ich werde nie vergessen, welcher Prof meine Abschlussarbeit betreut hat und den gibt es auch noch. Und meine Abschlussarbeit, das ist in den Vereinigten Staaten ja auch nicht anders, steht da auch noch rum. Also in der selben Frage- und Antwortstunde hat Friedman noch gehört, wie dann die Frage gestellt wurde, ja nennen sie doch mal irgendwie Professoren. Und dann hat er wohl gesagt, ich zitiere jetzt mal auf Englisch, let's see now, Bill Duxler will remember me from the Physics Department at Caltech. Und dann hat dieser Friedman irgendwie nachgeforscht und hat halt einen William oder einen Dr. Duxler gefunden, der am Pierce Junior College Physikprofessor gewesen ist, aber nie am Caltech gelehrt hat. Und hat da aber festgestellt, dass Lazar in einem seiner Kurse, also am Pierce Junior College eingeschrieben gewesen ist, und zwar genau zu der Zeit, von der Lazar behauptet, er hätte sie am MIT verbracht. So und jetzt ist natürlich ganz klar, jetzt gibt es so zwei Abzweigungen. Die eine Abzweigung ist natürlich, dass Bob Lazar selber sagt, natürlich findet man nichts, weil das FBI und die Regierung möchte quasi alle Aufzeichnungen über meine Person vernichten, sagt jemand, der dann aber in irgendwelchen Fernsehdokus und Radiosendungen rumsitzt. Und zum Zweiten hat er, und das ist auch weiterführend später, wenn man in die Quellen reinguckt, die wir euch alle verlinken werden, findet man das, nie gesagt, was das Thema seiner Abschlussarbeit ist. Sodass man letztendlich davon ausgehen muss, dass man entweder das FBI seine Unterlagen gelöscht hat, was aber schon auch merkwürdig ist, aber auch sozusagen seine Abschlussarbeit. Das Thema seiner Abschlussarbeit nennt er selber nicht, und damit macht er es natürlich auch nahezu unmöglich, zu recherchieren, wo er seinen Abschluss macht. Jetzt ist es so, dass Bob Lazar selber sagt, und ich habe es vorhin schon angedeutet, das ist doch wurscht, wo ich mal einen Abschluss gemacht habe. Meint ihr denn, dass die Regierung mich direkt von der Highschool aus angeheuert hat, um an diesem geheimen Alien-Projekt zu arbeiten? Und das macht er in dieser Doku bei Netflix auch an zwei unterschiedlichen Stellen, einmal in der Vergangenheit und einmal in der Zukunft, und jemand zitiert ihn auch noch, wie er das damals gesagt hat. Und es entsteht so eine kurze bedeutungsschwangere Pause, und dann macht die Doku weiter. Und die entscheidende Frage ist ja nicht, hätten die ihn angestellt ohne Abschluss oder nicht, sondern die entscheidende Frage, die sich daraus resultiert ist, hat er jemals dort gearbeitet? Und ohne Abschluss, den er nachweisen kann, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er in dem Bereich, in dem er behauptet, gearbeitet zu haben, erstmal äußerst gering. Aber, so ganz von der Hand zu weisen ist das, ich habe in Los Alamos und halt in der Nähe von Groom Lake, also der Groom Lake, also ein ausgetrockneter Salzsee, gemeinhin assoziiert mit dem, was wir Area 51 nennen, ist also der Schauplatz dieser ganzen Geschichte. Wenn wir jetzt nochmal nach Los Alamos gucken, er ist assoziiert, also Lazar ist tatsächlich assoziiert mit einer Firma, Kirk Mayer, Mayer, Mayer oder wie auch immer, M-A-Y-E-R, das ist ein Contractor, also eine Firma, die da… Zur Arbeit, Zulieferer. Ein Zulieferer, Dankeschön, der sich für unterstützendes Personal für das Los Alamos National Laboratory kümmert. Also, das heißt also irgendwie, die schicken da Techniker hin, Elektrotechniker, Leute, die sich um die PCs kümmern da, aber keine Physiker. Und mit denen ist aber Lazar assoziiert und er hat tatsächlich eine elektrotechnische Ausbildung am Pierce College in Southern California wohl gehabt und hat sich dann halt anwerben lassen als Elektrotechniker von dieser Kirk Mayer-Firma. Und das heißt also, tatsächlich ist er so als, ja, hier wird beschrieben in einem Artikel, den wir euch natürlich auch verlinken, als so eine Art Fix-It-Guy. Das sagt ein Tom Mahut, der also auch sich so ein bisschen so mit alternativen Antrieben und auch so ein bisschen mit der UFO-Szene beschäftigt und der ein recht ausführliches Blog hat, in dem er über alles Mögliche schreibt, auch über Bob Lazar. Und das ist übrigens so tatsächlich auch Leute, die in der UFO-Szene aktiv sind, die eigentlich auch das ganz cool fänden, wenn das alles wahr wäre, was er erzählt, kommen an vielen Stellen darauf, dass es leider Quatsch ist, was Bob Lazar erzählt. Dieser Tom Mahut, der diese Seite betreibt, also listet auf, dass eben Kirk Mayer tatsächlich Lazar an Los Alamos vermittelt hat, an das L-A-N-L. Und dass sein Name, also dass er da so oft wohl tätig gewesen ist, dass sein Name tatsächlich da im Telefonbuch, das wird ja auch oft als Beweis genannt, aufgelistet wird. Und macht dann weiter, also der Stanton Friedman sagt, er hätte, das ist natürlich jetzt ein bisschen widersprüchlich, er hätte Hinweise darauf, dass Lazar da als Strahlentechniker irgendwie gearbeitet habe. Da müsste man halt die Quellen nochmal genau checken. Also Friedman sagt, er hätte jemanden, der tatsächlich dort, nee Moment, das war nicht Los Alamos, das war dann tatsächlich schon Groom Lake, der da an die Personalakten drangekommen wäre. Und da wäre Bob Lazar eben als ja so eine Art Strahlentechniker irgendwie aufgeführt gewesen. Also zumindest gibt es diese Assoziationen und das würde natürlich auch erklären, warum Bob Lazar hinterher gewisse Details von diesen Städten irgendwie erzählen konnte, ohne unglaubwürdig zu sein. Und in jener guten Geschichte, auch wenn die Fantasie irgendwann mit einem durchgeht, gibt es ja vielleicht ein Körnchen Wahrheit. Und bei Bob Lazar ist das tatsächlich so eine gewisse lose Assoziation mit diesen Schauplätzen. Genau, du hast gerade gesagt, er ist assoziiert mit, er war assoziiert mit. Heute ist er da nicht mehr tätig, das muss man auch mal ganz klar sagen, sondern zur damaligen Zeit war er als Techniker offensichtlich auch durchaus auf dem Gelände mal unterwegs. Und er ist auch scheinbar von einer Firma, die Personal grundsätzlich in dieser Region rekrutiert hat, auch im Auftrag der Regierung auch interviewt worden. Auch das wird in der Dokumentation als großer Beweis herangezogen. Deswegen, die Firma, ich glaube, ED&G, korrigiert mich, wenn ich die... ED&G. Hat also Bewerbungsgespräche geführt und da fanden man auch Unterlagen und das scheint der Beweis dafür zu sein, dass er in dieser geheimen Sektion gearbeitet hat. Aber die haben halt generell die Bewerbungsgespräche geführt, sowohl für wissenschaftliches als auch für nicht wissenschaftliches Personal. Und es scheint eben so zu sein, dass Bob Lazar da eben als Nichtwissenschaftler drin war. Und dann ist es eben wichtig... Da bist du jetzt aber schon nicht mehr in Los Alamos, sondern tatsächlich schon sozusagen im Umfeld der Area 51. Ja, genau. In der Area 51, genau. Und wichtig eben dabei die Tatsache, dass er Nichtwissenschaftler ist. Und das ist eben dann doch entscheidend, auch wenn er dieses Argument immer an die Seite wischt. Weil ein Nichtwissenschaftler würde mit Sicherheit nicht in den Bereichen arbeiten, in denen er behauptet, gearbeitet zu haben. Aber Lazar hat es schon ziemlich früh geschafft, sich nicht als Techniker, sondern als Physiker an die Öffentlichkeit zu verkaufen und auch an potenzielle Kollegen. Also er hat wohl seinen Honda irgendwie mit so einem Jet Propulsion Motor irgendwie ausgestattet, hat also rumgetüftelt. Mit einem Düsenantrieb. Entschuldigung. Ja, manchmal falle ich mir nicht ein. Mit einem Düsenantrieb ausgestattet und hat es damit geschafft, noch in Los Alamos halt in die Zeitung zu kommen. Und da hat er den Journalisten natürlich nicht gesagt, ich bin Techniker und tüftle in meiner Freizeit so ein bisschen rum, sondern er hat sich als Physiker verkauft und taucht dann dementsprechend im Artikel auch als Physiker auf. Was jetzt EG&G angeht, da hat er es tatsächlich geschafft, auch eine Edward-Teller-Connection nochmal zu nutzen. Denn auch Edward Teller ist halt assoziiert mit EG&G. Und dann hat er also sich an Teller gewandt und versucht, von ihm eine Empfehlung irgendwie oder ihm eine Empfehlung aus den Rippen zu leiern. Und das hat wohl geklappt. Man weiß nicht, wie das sich hinterher auf Edward Teller ausgewirkt hat. Aber es kann natürlich sein, dass ihm das deswegen auch unangenehm war, wenn er dann im Nachhinein erfahren hat, was der Lazar so sich geleistet hat. Vielleicht sagst du noch ganz kurz, wer Edward Teller ist. Das hatte ich vorhin schon angedeutet. Also der Physiker, der tatsächlich und so weiter. Genau. Dann haben wir sozusagen mal den Hintergrund von Bob Lazar uns angeschaut und stellen fest, vermutlich ist er eben kein Physiker oder er hat keinen Beweis dafür geliefert. Das macht es schwierig, ihm zu glauben, dass er in der Rolle eines Experimentalphysikers vielleicht, so könnte man es ja bezeichnen, in der Sektion 4 an Alien-Technologie gearbeitet hat. Dass er in der Gegend unterwegs war, scheint unstrittig zu sein. Auch das haben wir gesagt. Wir können so an den Beweisen entlanggehen, die auch in der Doku dann gezeigt wurden. Nämlich, es wird in der Doku so dargestellt, dass ein Gerät, von dem Bob Lazar gesprochen hat, 1989, der Identimat 2000, komplett geheim war und niemand über dieses Gerät wissen konnte. Und erst im Rahmen der Doku, kurz oder kurz vor der Doku, dann die Beweise dafür kamen, dass das Gerät, was Bob Lazar beschreibt, wirklich existiert hat. Worum geht es? Es geht im Prinzip um die 70er, End-70er, Anfang der 80er Jahre Fassung eines Handscanners, also eines biometrischen Systems, wo man seine Hand drauf legt und durch Licht und Vermessung der Handknochen die Identität einer Person festgestellt wird. Das hat er immer wieder beschrieben, Bob Lazar. Und so wird es dann in der Doku dargestellt. Ihm hat immer keiner geglaubt und alle haben ihn verlacht. Und dann zückt der Macher dieser Doku dann ein Foto und sagt, hier sind die Beweise dafür, dass es endlich jetzt aufgedeckt worden ist. Dieses Identimat-System gibt es wirklich und das sei der Beweis. Allerdings wird in der Doku dann eben nicht erwähnt, dass das Gerät bereits 1971 der Öffentlichkeit bekannt war. Und nicht nur war es der Öffentlichkeit bekannt, Internet war ja noch nicht so, also Google-Wildersuche wäre jetzt vielleicht nicht so drin gewesen, sondern man hat es sogar in dem 1977 gedrehten Film Begegnung der dritten Art sehen können, weil Steven Spielberg sich da ganz offensichtlich von hat inspirieren lassen, diesen Handabdruckscanner zu benutzen in dem Film. Das heißt also, nicht nur ist dieses Gerät bekannt gewesen, sondern es ist sogar auch im Kontext einer Alien-Begegnung schon in einem sehr, sehr erfolgreichen Kinofilm verbreitet gewesen. Eine Hypothese von mir wäre, wenn Bob Lazar grundsätzlich an Aliens interessiert ist, vielleicht war er auch 1977 im Kino und hat da auch diesen Handabdruck, also nicht Handabdruck, sondern Hand-Finger-Knochen-Messapparat schon gesehen. Allerdings ist es auf keinen Fall so, wie es in der Netflix-Doku dargestellt wird, dass niemand von diesem Gerät wissen konnte, sondern das Gerät wäre bei vernünftiger Recherche 1989, als er davon gesprochen hat, auffindbar gewesen. Und aus der Tatsache, dass er sagt, dieses Gerät hat es gegeben und keiner wusste davon, hat man dann ja eben geschlossen, dass er wirklich da in diesem ultrageheimen Projekt gearbeitet hat, weil man gesagt hat, wie soll er das denn wissen? Er konnte es halt aus dem Kinofilm oder auch aus anderen Quellen einfach wissen. Ja, was jetzt seine Arbeit in den faktischerweise nicht sicherheitsgesperrten Bereichen von Area 51, die es durchaus gab, angeht, da hat er dann irgendwann einen schweren Fehler gemacht, Außenstehende sozusagen einen Einblick verschaffen zu wollen in die Arbeit, die er da macht oder zumindest irgendwie damit hinzunehmen, damit sie sich da mal des Nachts irgendwie die komischen Lichter angucken könnten. Also wir brauchen uns ja eigentlich nicht vor der Tatsache zu verstecken, dass geheime Dinge vor sich gehen in der Area 51, in diesem Gebiet, was vom amerikanischen Militär genutzt wird und wo nachweislich Projekte auch stattgefunden haben, die inzwischen der Öffentlichkeit sehr gut zugänglich sind und die man sich angucken kann. Zum einen hat man ja, wir haben es in der Folge bei Area 51 gesagt, man mit Ballonen experimentiert, die in der Lage sein sollten, russische Atomtests zu detektieren. Das wollte man natürlich nicht, dass die Öffentlichkeit wusste, dass die Amerikaner diese Technologie haben und dann später war es dann so, dass, und das ist bis heute ja offensichtlich so das geheime oder neu entwickelte Flugzeugtypen dort. Ja, das ist ein Zweispionageflugzeug, ganz bekanntes Beispiel. Wurde dort entwickelt und natürlich sind das dann Flugzeuge, die in ihrer optischen Wirkung der breiten Öffentlichkeit überhaupt nicht bekannt sind, auch nicht bekannt sein können, weil es natürlich neue Entwicklungen sind und man macht es natürlich genau in dieser Area 51, weil die Salzseen im Umfeld und auch Groom Lake zum Beispiel ideale Möglichkeiten bieten, falls so eine Maschine mal ungeplant runtergehen muss. Es hat auch, was dieses Gebiet der Area 51 angeht, durchaus eine gewisse Entwicklung zu geben. Also gegeben, also man weiß zum Beispiel, dass Carl Sagan, dürfte der wissenschaftlich-kritischen Community ja ein Begriff sein, sich selber darüber gewundert hat, warum das Gebiet, was gesperrt ist, immer größer wird. Also dass quasi das Militär, was da experimentiert, immer mehr Platz beansprucht. Also es hat da durchaus auch mal von bekannter Seite Spekulationen gegeben. Also Carl Sagan ist jetzt nun wirklich niemand, der unkritisch irgendwelche UFO-Hoaxes übernimmt. Aber auch der hat da also Spekulationen angestellt und sich ein bisschen über das Vorgehen des Militärs gelinde gewundert. Und Brian Dunning beschreibt in seinem Podcast über Area 51, wie er vor dem Jahr 2001, was ja sicherlich nochmal, was die amerikanische Sicherheitspolitik angeht, ein einschneidendes Jahr gewesen ist, wenn wir an den 11. September denken, dass er also in den 90er Jahren war das, meine ich, noch in der Lage war, mit einer Cessna, also mit einem Kumpel in einer Cessna, am Rande des gesperrten Flugraums entlang zu fliegen. Und da wurde er also vom Funkturm irgendwie auf eine nette Art und Weise aufgefordert, doch den eigentlichen Kurs weiter zu verfolgen. Wenn man fragte, warum sie denn einen Umweg, also wo sie hinwollten, dann haben sie ihr Ziel genannt und dann wurden sie vom Tower der Area 51, der auch gefunkt hat. Also die funken dann auch mit den Maschinen natürlich. Da hat der Tower dann gefragt, warum sie dann einen Umweg fliegen wollten und ob man ihnen nicht mal den direkten Kurs nennen sollte. Dürfen wir ihnen einen Kurs empfehlen. Also es war noch alles irgendwie so ein bisschen nett. Die haben dann auch ihren ursprünglichen Kurs weiterverfolgen können, ohne dass da irgendwas Schlimmes passiert wäre. Sie wurden also nicht abgeschossen oder sowas. Also das ist alles so natürlich schon geheim und gesichert und so, was da passiert ist. Aber hat sich sicherlich nochmal im Laufe der Jahre verändert. Und insofern leben wir natürlich in einer Zeit, also auch um Bob Lazar selber war es ja dann nach den Interviews 89 und einem Riesenhype Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre wieder ein bisschen stiller geworden, bis die Zeithinweise auf diese Doku aufs Tableau kamen. Also man hat natürlich da auch jetzt eine Zeit, in der solche Verschwörungstheorien wieder so ein bisschen aufblühen. Also ich finde das eigentlich auch ganz geschickt, dass diese Netflix-Doku auch die Art und Weise, wie sie aufbereitet wurde, schon so den Nerv unserer Zeit trifft. Also wenn man sich jetzt mal überlegt, wie fest die Geschichten über das amerikanische Militär und die CIA und geheime Projekte und so weiter in unserem Bewusstsein verankert sind. Ich meine in den 70er Jahren gab es ja das Church Committee, was sich mit den Akten, die noch verfügbar waren, zu MKUltra öffentlich beschäftigt haben. Also da wusste man, dass die CIA ja ethisch nicht vertretbare Experimente durchgeführt hat, auch an unwissenden Menschen, die da irgendwie eingebunden wurden. Also da sind schlimme Dinge passiert und all diese Traumata, die da auch in der Bevölkerung bekannt geworden sind, die haben sich in unserem kollektiven Bewusstsein, ohne diesen Begriff jetzt überstrapazieren zu wollen, so stark verankert, dass das halt so eine Atmosphäre des Misstrauens geschaffen hat. Und genau in diese Kerbe haut jetzt natürlich auch die Doku. Und sie ist inzwischen das, was ja Alien-Lore eigentlich über ganz, ganz viele Filme und Fernseher in Akte X ist ja eigentlich genau die Geschichte, die Robert Lazar erzählt. Also das war ja dann auch etwas, was in die Popkultur eingegangen ist, diese ganze Geschichte. Trotz allem muss man sich natürlich fragen, und das wird in der Doku sehr schön gemacht, der Beweislast. Und die dreht Bob Lazar ja um, weil in der Doku letztendlich die Argumentation ist, ich habe die Wahrheit gesehen, beweist es mir doch, dass ich nicht die Wahrheit gesehen habe. Und tatsächlich bietet Bob Lazar außer seinen Schilderungen, und dieser Handscanner war so ein nicht wegzuwischender Beweis, der aber gar keiner war, eigentlich überhaupt gar keine Beweise. Also er hat Theorien, er hat sich in den 80ern zu den 90ern, 89, 90 hypnotisieren lassen und hat da Zeichnungen angefertigt unter Hypnose. Auch hier haben wir schon sehr, sehr kritisch darüber berichtet, wie diese Hypnose und auch gerade so Erinnerungen in Hypnose generieren, nicht wie in der Doku dargestellt, der allerbeste Weg ist, um sich an verborgenes Wissen zu erinnern, sondern Hypnose, da eher noch sogar die Zugänglichkeit, die Beeinflussbarkeit sogar noch erhöhen kann. Und wenn man dann weiß aus der modernen Gedächtnisforschung, dass Gedächtnis immer in Bewegung ist und sich eine Erinnerung in unserem Gehirn nicht wie Festplatten auf der Nullen und Einsen, wie Nullen und Einsen verhält, sondern jedes Mal, wenn wir erinnern, verändern wir auch ein Stück weit unsere Erinnerungen. Darüber gibt es inzwischen eine ganze Reihe von Studien, die das sehr gut belegen. Dann ist jetzt Hypnose nicht der beste Beweis. Und das, was Bob Lazar jetzt dann als Beweis am Ende liefert, sind eben seine Zeichnungen und seine Berichte über die Antriebstechnologie der Aliens. Und das ist für ihn das, was er beweisen möchte. Naja, und die Tatsache, dass er also immer wieder Ärger mit dem FBI hat, dass er damals... Das machen wir vielleicht nachher ein bisschen nach hinten geschoben, diesen Ärger mit dem FBI, oder? Ja, okay. Lass uns kurz bei der Physik bleiben und dann machen wir das mit dem FBI später. Wichtiger Aspekt, weil der in der Doku ja auch extrem hochgejubelt wird. Aber lass uns kurz mal auf einen... Was er im Rahmen seiner physikalischen Behauptungen auch noch ganz gerne macht, ist, dass er darauf hinweist, und das ist nun wirklich ein Klischee, wie es klischeehafter kaum geht, dass auch Radiation, also Strahlung, wenn man dann irgendwie jemanden im 17. Jahrhundert oder im 18. Jahrhundert damit konfrontiert würde, hätte als quasi Magie wahrgenommen worden wäre. Also quasi moderne Technologie wirkt auf jemanden, der noch nicht die Entwicklungsstufe oder die Wissensstufe erreicht hat, wie Magie. Also insofern gibt es natürlich noch viele Dinge, die wir jetzt nicht verstehen und die auf uns fantastisch wirken, aber die trotzdem stimmen. Also diese Plattitüde, die darf natürlich auch nicht fehlen. Genau, das macht er sehr gerne und das ist aber genau das Problem. Er ist Physiker, also er behauptet von sich, dass er Physiker ist und in seinen Eingangsstatements darüber, wie die Physik dieser Alien-Technologie funktionieren soll, macht er laut echten Physikern, die einen Abschluss nachweisen können, so viele eklatante Fehler, dass er scheinbar gar kein Physiker sein kann. Also er spricht da zum Beispiel davon, dass in der modernen Physik es umstritten ist, ob Gravitation eine Welle oder Teilchen ist. Also er sagt sogar, wir wissen im Prinzip nichts über Schwerkraft, also irgendwie völlig unbeschriebenes Blatt. Was er vielleicht eigentlich meint ist, dass wir es bisher noch nicht geschafft haben, die Quantenmechanik mit der allgemeinen Relativitätstheorie zu vereinen. Das ist durchaus ein Forschungsfeld, in dem jetzt derzeit in der Physik noch viel zu leisten ist. Und Physiker sagen jetzt eben gerade genau das, wenn er das nämlich mit diesem Alien-Antrieb einfach, wenn er so beschreibt, wie die Alien-Technologie funktioniert, wenn er das einfach aufschreiben würde, würde er spontan und instantan einen Nobelpreis bekommen, weil er dann genau diese Theorien vereinigen würde. Aber eben viele Bereiche, die er so schildert, die so auf dem Star Trek-Niveau einfach total super klingen. Denn er sagt ja, die UFOs haben so drei Emitter unter sich und daraus machen sie dann eine Raumzeitverzerrung und werden dann reingesaugt und können deshalb überlichtschnell reisen. Das klingt für uns genauso, wie Star Trek funktioniert. Die UFOs sind gar nicht überlichtschnell, sondern sie verändern das Raum-Zeit-Kontinuum. Dieser moderne Antrieb, den sie beinhalten, würde das möglich machen. Und da sagen dann Physiker, das klingt alles total super. Das Problem ist, dass alles andere auch reingesaugt würde. Das heißt, wenn so eine fliegende Untertasse so zur Erde reisen würde, würde halt alles, was im Umfeld des Universums drumherum ist, auch mit zur Erde reisen. Das heißt, da wird immer so ein Riesensog mitgezogen von Dingen oder umgedreht, je nachdem, wie man das Tor öffnet, würde die Erde auch unter Umständen reingezogen in so eine Gravitationsbrunnen. Das heißt, so kann es nicht funktionieren, so wie er es beschreibt. Es sei denn, man hat natürlich die Technologie von Seta Reticuli, wo er sagt, wo diese Außerirdischen herkommen. Also du kannst natürlich alles immer mit einbeziehen in deine Theorien, ohne dass es dann irgendwie als Gegenargument gültig ist. Das ist so, wie Bob Lazar argumentiert. Da sagt aber die Physik, die Physiker von heute sagen, nee, so einfach ist es eben gerade nicht. Sondern selbst wenn es eine neue Physik gibt, das ist ja auch immer dieser Punkt, das haben wir ja auch mit Holm Hümmler für nicht allzu langer Zeit diskutiert, muss alles andere ja weiter funktionieren. Und die Prinzipien, die Bob Lazar beschreibt, negieren bestehendes Wissen aus der Physik und das kann eben nicht funktionieren. Das ist genau das Problem. Und ganz oft wird sich ewig daran abgearbeitet und auch da sagt er, das ist doch gar nicht der Punkt, ob das von ihm beschriebene Element 115, das ist nämlich genau der Treibstoff. Von dem man sagt, dass es stabil sei, was es scheinbar nicht ist. Scheinbar nicht, scheinbar offensichtlich nicht ist. 1989 gab es das noch gar nicht auf der Erde und er hat gesagt, das könnte niemals hier auf der Erde existieren. Dann hat die moderne Physik tatsächlich ein sehr flüchtiges, aber immerhin Element 115 hingekriegt. Genau. Und da wird er jetzt auch vorsichtiger und sagt nicht mehr, das kann hier gar nicht existieren, weil existiert halt. Und dieser Streit aber um dieses Element 115 ist gar nicht so relevant, weil so wie er beschreibt, dass es eingesetzt wird, widerspricht es eben komplett allen anderen physikalischen Regeln. Und was es eigentlich nur machen könnte, wäre die Physik erweitern. Da sind wir wieder an dem Punkt. Und da fehlt, und ich habe da ein, zwei Einordnungen von Physikern gelesen, einfach Boblissar scheinbar fundamentales Wissen über die moderne Physik oder überhaupt über die Physik, über das Standardmodell der Teilchen. Und der Laie findet das faszinierend und da klingt das schlüssig. Und er ist auch jemand, der rhetorisch natürlich gut drauf ist und sagt dann immer wieder, ich will das ja gar nicht erzählen. Das macht ihn ja glaubwürdig, aber die Physiker sagen, es ist aber Quatsch, was du erzählst. Und wenn man jetzt sich nochmal anguckt, was er sonst so erzählt, also er hat ja Ende der 80er, 1989 und folgende noch erzählt, er hätte tatsächlich die Leichen von Aliens gesehen. Das hat er dann hinterher in dieser Netflix-Doku auch noch ganz geschickt relativiert und hat ja dann zugegeben, ja ich habe da nur einen ganz kurzen Blick drauf geworfen, ich weiß nicht, was ich da gesehen habe, was auch immer. Und wenn natürlich dann jemand in so einem ganz kleinen Teil seiner Erzählung einknickt und sagt, ja ich muss gestehen, da bin ich mir jetzt selber nicht mehr so ganz sicher und das kann man so und so sehen, dann kann man ihm natürlich das auch als ein Stück Selbstlosigkeit auslegen, wenn man ihm dann gerne Glauben schenken möchte. Wo er sagt, ja in dem Punkt hat er aber selber zugegeben, dass er sich da geirrt haben könnte. Also ist er niemand, der da sein eigenes Ego voranstellt und sich da irgendwie als Person hochstilisieren muss, sondern er kann durchaus mal zugeben, wenn er eventuell einen Fehler gemacht hat. Also ist alles andere, was er erzählt, wahrscheinlich wahr, wenn er sagt, dass es wahr ist. Und aber auch in der Geschichte steckt ja so ein ganz fundamentaler Widerspruch in seiner Erzählung, denn er sagt, er weiß ja gar nicht alles. Also auf die Frage, wie diese Ufos auf die Erde gekommen sind, sagt er, ja das war so kompartmentalized, das Wissen, also so in kleine Bereiche aufgeteilt. Need to know basis, kennen wir ja aus vielen Filmen. Das hat man mir niemals erzählt, weil das musste ich gar nicht wissen. Und das Problem dabei ist, aber wenn das tatsächlich so gehandhabt werden würde, was wahrscheinlich vielleicht sogar denkbar wäre, dass man so arbeitet, warum sollte dann aber jemand, der am Antrieb forscht, über den Flur gehen, in dem zufällig dann auch Alien, entweder Alien-Leichen, Alien-Figuren oder lebende Alien sind. Und da würde man doch auch, wenn man es denn kompartmentalized, die Gebäude dann auch einfach mal trennen und die Alien in ein anderes Gebäude stecken, als den Antrieb der Alien. Wenn man denn schon nicht möchte, dass die Leute genau wissen, was da gerade so abgeht. Und das finde ich dann auch nochmal spannend. Die Relativierung ist so eine Geschichte, geschicktes Element, aber zum einen sagen, nee, ich weiß ja eigentlich gar nichts über die Ufos, aber ich habe per Zufall da doch auch durchs Fenster mal, das würde niemand machen. Oder aber er hätte da nicht über den Flur gehen dürfen und dann sind wir wieder bei einem Hochsicherheitsgebäude. Da passiert das auch nicht, dass man mal eben so über den Flur geht. Es gibt eine ganz nette Geschichte, wenn man sich mit Richard Feynman, dem Physiker, beschäftigt und mit seinem Leben und sich das Buch anschaut, Los Alamos from Below. Da beschreibt Richard Feynman ein bisschen die Arbeit in Los Alamos und am Manhattan Project und beschreibt oder da wird beschrieben, dass es tatsächlich so war am Anfang, dass die ganzen Leute, die da irgendwie gearbeitet haben in irgendeiner Funktion an dem Projekt, gar nicht wussten, wer noch was anderes macht, wozu das gut ist, was sie machen. Und dass sich das negativ auf die Arbeitsleistung ausgewirkt hat. Also erst in dem Moment, wo man sich hingestellt hat und denen gesagt hat, aus dem und dem Grund machen wir das. Also wir entwickeln hier die Atombombe, damit die Deutschen nicht als erste die Atombombe bauen. Das können wir nicht zulassen. Und das ist eben der Grund für dieses Projekt. Da war die Motivation eine ganz andere. Und das Ganze war also strukturell im Prinzip leistungsfähiger, das ganze Projekt, als es vorher gewesen ist. So viel zum Thema Aufteilen von Informationen. Letzter Aspekt, Alexa, und jetzt können wir darüber ein bisschen sprechen, das FBI. In der Doku geht es dann, deswegen habe ich das Element 115 auch gerade schon mal angerissen, wird, und das ist sehr, 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 sehr geschickt, wird, ohne dass sie es wirklich bestätigen, die Behauptung aufgestellt, dass Bob Lazar etwas von diesem Element 115 hat mitgehen lassen. Und zwar wird es in einer Form gemacht, dass der Macher des Films immer wieder darauf hinweist, Bob Lazar immer wieder sagt, nein, dazu werde ich mich nicht äußern, darüber rede ich nicht. Und dann gibt es eine Sequenz, wo sie in einen Wald gehen und das wird jetzt encrypted und die Festplatten werden gespeichert oder werden dann ausgebaut und irgendwo vergraben bis zu dem Moment, wo du sagst, das ist in Ordnung. Also ein riesen Bohai, dann legen sie irgendwann ihre Handys weg und es wird dann dramatisch eingeblendet, dass einen Tag, nachdem diese Aufnahmen und dieses Gespräch stattgefunden haben, das FBI die Firma von Bob Lazar gestürmt hat. Jetzt müssen wir ganz kurz sagen, was der Mann heutzutage macht, denn der hat einen Beruf tatsächlich und arbeitet, er arbeitet, jetzt muss ich gerade einmal blättern, dass ich euch den richtigen Namen sage seiner Firma, er arbeitet bei der Firma oder er ist Geschäftsführer der Firma United Nuclear. Und Nucular habe ich jetzt gesagt, das ist schon fast Nuclear, muss ich ja sagen, nicht wie Homer Simpson reden, Nucular, United Nuclear heißt seine Firma und was er da macht, ist gar nicht mal reaktorenbedingt, also nukleare Dinge. Den kann man sich auch angucken, ne? Sondern er ist ein Zulieferbetrieb für radioaktive Erze, Industriemagnete und Chemikalien, also so ein Laborzulieferer im Großen und Ganzen. Das ist sein Job und diese Firma ist vom FBI gestürmt worden und wenn man dann, in der Doku bekommt man das ein bisschen mit, es sei um ein Receipt gegangen, also eine Bestellung von vor ein paar Jahren, wo jemand, so wird es in der Doku gesagt, toxisches Material bestellt hat. So, und man ist dann völlig irritiert und in der Doku ist das Narrativ. Sie hätten ja nur die Rechnung eigentlich gesucht, offiziell, ne? Genau, und naja, das wäre ja ein bisschen viel Aufwand gewesen, dass dann so ein Einsatzkommando des FBI mit zig... Hasmat-Suits und ich weiß nicht was. ...eingerückt ist und eine Computerabteilung, die die Computer von ihm gescannt hat, die Firmencomputer und so weiter und so weiter. Und das sei ja auch ein Beleg dafür, dass sozusagen der amerikanische Staat, die Regierung, in der Regierung immer ihm auch mal wieder zeigt, wenn er zu weit gegangen ist und dass er kontrolliert wird. Jetzt muss man aber wissen, dass die Firma schon vor ein paar Jahren Ärger hatte, nämlich weil sie Sachen verkauft hat, die dazu dienen können, Sprengkörper herzustellen oder Feuerwerkskörper herzustellen und er handelt mit Chemikalien. Also das war, er hat ja irgendwas nicht Legales verkauft, deshalb sind die schon mal bei ihm eingerückt. Und da wir jetzt genau, nicht genau wissen, warum das FBI eingerückt ist, aber wenn man auf amerikanischem Boden Chemikalien verkauft, in einem aktuellen Klima, was herrscht... Erst recht, ja, eben nach 2001. ...kann man ja auch mal davon ausgehen, dass eventuell, da jemand den Verdacht hatte, dass sich vielleicht Terroristen in diesem Laden eindecken können. Und wir denken mal an Herrn Breivik, wenn man da vielleicht auch etwas eher eingeschritten wäre und sich gewundert hätte, warum eine Privatperson so viel Dünger kauft, aus der man dann Sprengstoff herstellen kann. Vielleicht hier mal eine Reaktion, wenn man so einen Betrieb hat, der im Prinzip in seinen Listings Sachen hat, die dazu dienen können, zum Beispiel auch eine Bombe zu bauen. Und es ein zweites Vergehen ist, wo etwas merkwürdig erscheint, natürlich, dass FBI da erstmal eindrückt und sicherstellen möchte, dass da nichts verloren geht. Und das muss ja noch nicht mal ein Vorwurf gegen Bob Lazar sein, sondern vielleicht hat man da gerade ermittelt gegen Leute, die bestellt haben. Und man wollte auf jeden Fall sicher gehen, dass der Zulieferer nicht Bestandteil zum Beispiel einer Terrorzelle ist. Also man kann auch hier wieder extrem spekulieren in der Doku und das würde ich für eine relativ realistische Darstellung übrigens halten. Also Zweitvergehen, aktuelles Klima, Terrorismus, Sprengstoff. Haben wir das gesagt? Also er ist tatsächlich auch schon mal verurteilt worden wegen Zuhälterei. Nee, da haben wir noch nicht gesagt. Genau, genau. Also vielleicht nochmal ganz kurz einen Ausflug zum Beginn der ganzen Geschichte. Der erste, der ihn so aufs Tableau der Öffentlichkeit gehoben hat, war ein gewisser George Knapp, der ihn interviewt hat für KLAS-TV. Das war also sozusagen der Stein des Anstoßes. Danach kam dieser ganze Lazar-Hype ins Rollen. Und der George Knapp, der kommt auch in der Doku vor, wird da also mehrfach interviewt. Und natürlich sagt er immer, ja, ich halte ihm die Stange. Aber als dann rauskam, diese blöde Geschichte mit dem Brothel, also mit dem Bordell irgendwie und Zuhälterei und Verurteilung und so weiter, da habe ich dann auch kurz gedacht, Mist, das ist ja jetzt irgendwie auch blöd für meinen Ruf und so. Aber ich weiß halt, der Mensch erzählt die Wahrheit und deswegen sage ich auch heute öffentlich, der Mensch erzählt, was diese ganze UFO-Geschichte angeht, die Wahrheit. Und ich werde auch nicht davon abrücken, weil ich glaube ihm noch immer. Also da hat es tatsächlich schon ein paar unschöne Geschichten gegeben. Und dieser FBI-Raid, diese Geschichte, die du gerade geschildert hast, das war eben nicht der erste Zusammenstoß mit den Gesetzeshütern, den er hatte. In der Doku wird das aber ganz klar so hergestellt und so zusammengeschnitten und so zusammengeführt, dass es sich hier ausschließlich darum geht, dass das FBI das Element 115 sucht, dass das der Grund ist. Und dadurch, dass Bob Lazar an der Stelle eben keine Geschichten mehr erzählt, sondern sagt, nee, darüber rede ich nicht, ist natürlich der Effekt, der in dieser Doku erzeugt wird, ein ungleich größerer Effekt. Und ich unterstelle hier auch ganz klar dem Filmemacher eine gewisse Absicht, diesen Punkt zu überdramatisieren, um hier Narrativ zum Ende der Doku zu haben, die einen mit einem Spannungsbogen hinterlässt. Weil jetzt ja irgendwo die Wahrheit über das gestohlen Element 115 auf irgendeiner Festplatte weilt, entkryptet. Und das ist natürlich ein Narrativ, was hier jetzt weiter durchs Netz gehen kann, weil wahrscheinlich jetzt anfangen, so Schatzsucher sich auf den Weg machen werden, um dieses geheime Wissen zu finden. Im Idealfall hat er das Element gestohlen und da ist wirklich die Wahrheit drauf. Das wäre ja ganz schön, dann hätten wir neue Antriebstechnologien, das wäre ja auch im Sinne der aktuellen Klimadebatte vielleicht ganz sinnvoll. Kann aber genauso gut übrigens auch sein, dass auf dieser Festplatte die Aussage ist, nein, ich habe da nichts mitgehen lassen oder dass diese Festplatte gar nicht existiert. Also insofern hat man aber hier jetzt schon wieder eine Lore gesponnen, die in 20 Jahren aufgegriffen wird und in 20 Jahren wird es eine Doku geben, die sagt, eigentlich müssten wir diese Festplatte finden. Heute will man das Element 115 finden und in 20 Jahren will man dann die Festplatte finden. Also ein sehr geschickter Schachzug des Machers, den Zuschauer sozusagen noch mehr hineinzuziehen in diese Geschichte. Ja, also stellen wir fest, er hat tatsächlich in Los Alamos gearbeitet am LANL. Er hat tatsächlich im Umfeld von Groom Lake eine Tätigkeit ausgeübt, die aber nichts mit irgendwelchen Sicherheitsbeschränkungen auf sich hatte. Er hat dann den Fehler gemacht, tatsächlich mal Leute da hinzuschleppen, seine besten Freunde und da mal irgendwie die Aktivitäten zu beobachten, die da stattfanden. Also diese berühmten Wednesday-Night-Tests, von denen er dann wohl wusste. Und hat dann sicherlich auch einen Zusammenstoß mit dem Security-Personnel dort gehabt und hat dann angefangen, diese UFO-Geschichte zu erzählen. Und das und auch so diese Art, wie er sich verkauft hat als Physiker und auch die Tatsache, dass als Edward Teller da den Vortrag gehalten hat in Los Alamos, dass er da wahrscheinlich hingegangen ist und gesagt hat, ja ich bin Physiker hier, blablub. Und hat dann hinterher sich an Teller gewandt, um irgendwie Connections auszunutzen. Das kommt mir alles so ein bisschen vor, wie unser lieber Dr. Axel Stoll, wobei der ja tatsächlich ein Doktor gewesen ist. Selbst die Doktorarbeit kann man finden. Genau, selbst die Doktorarbeit kann man finden, tatsächlich. Wer das sich antun möchte in der Geologie. Also vielleicht ist Lazar so ein bisschen wie ein Axel Stoll minus Geschichtsrevisionismus. Also diesen Geschichtsrevisionismus, den möchte ich ihm nun wirklich nicht unterstellen. Also Bob Lazar driftet ja auf jeden Fall eher in die UFO-Richtung, ohne da so ganz politisch sein zu wollen. Obwohl er natürlich sagt, dass man die Informationen der Welt vorenthält, entweder der Wissenschafts-Community oder den Bürgern, eben dass es Außerirdische gibt, die die Erde besuchen und eben auch die Technologie, dass ein Verbrechen an den Bürgern das da begangen würde. Also auch dieses Zitat findet sich in der Doku, ist natürlich schon irgendwo auch eine politische Dimension, aber es hat jetzt nichts mit Stolz brauner Esoterik zu tun. Ich möchte vielleicht gegen Ende dieser Sendung einmal kurz selber aus dem Nähkästchen plaudern und eine Geschichte aus meinem Studium erzählen. Als ich in Münster europäische Ethnologie bzw. Volkskunde studiert habe und da auch schon stark in die Erzählforschung involviert war, gab es, wusste ich und war beteiligt an einem Sonderforschungsprojekt zum Thema Brüder Grimm, was also auch ziemlich geheim gehalten werden musste, weil es, ja, sagen wir mal so eine einschneidende Auswirkung auf die Brüder Grimm-Forschung gehabt hätte, wenn also diese Ergebnisse publik geworden wären. Es ging darum, dass es Quellen aus dem 19. Jahrhundert gibt, aus den 1850er Jahren, die also eindeutig belegen, dass die Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm, die sie ja gesammelt haben, zwar sprachlich etwas redigiert haben, so wird es immer in der Öffentlichkeit dargestellt oder in der Forschung öffentlich dargestellt, aber ansonsten kaum verändert haben, dass eben diese Kinder- und Hausmärchen eigentlich politische, ja, Statements sind, wenn man so will, die sprachlich stark kodifiziert sind. Das heißt also, das sind im Prinzip geheime politische Botschaften, also wer sich mal mit den Brüdern Grimm beschäftigt hat, der weiß ja auch, dass sie mit den Göttinger Sieben zu tun hatten, sich an der Formulierung der Menschenrechte beteiligt haben, also dass sie durchaus auch, ja, in ihrer Arbeit eine politische Dimension hatten. Und dass diese Quellen also, vor allen Dingen das Märchen Schneewittchen und das Märchen Hänsel und Gretel, eine ganz klare politische, geheime, kodierte Botschaft sind. Und das Ganze, also das war ein Sonderforschungsprojekt, im Rahmen dessen ich auch meinen Doktor gemacht habe. Das große Problem ist, dass man hinterher die Aufzeichnungen sowohl über dieses Sonderforschungsprojekt als auch über meinen Doktor, den ich gemacht habe, vernichtet hat. Das heißt also, wer sich jetzt umtun würde an der Uni in Münster, der würde da keinerlei Aufzeichnungen dazu finden. Und deswegen kann ich leider auch nicht in der Öffentlichkeit mit meinem Doktor glänzen, den ich gemacht habe. Und erst recht, also ihr seid jetzt die Ersten, die davon erfahren, durfte ich bisher nichts zu diesem Sonderforschungsprojekt und dessen Inhalt sagen, eben aufgrund dieser revolutionären Wirkung, die das Ganze gehabt hätte. Ja, vielleicht das nur mal so als ein Beispiel, wie solche Geschichten funktionieren können. Also ich wollte euch jetzt hier nicht irgendwie einen Bären aufbinden, das heißt irgendwie wollte ich das schon. Aber so ähnlich würden halt die Geschichten von Bob Lazar auch funktionieren. Also es fehlen jegliche Aufzeichnungen darüber, dass ich die Wahrheit sage. Ihr könnt mir das jetzt glauben, müsst es aber nicht, ist mir eigentlich auch egal. Aber ich habe euch jetzt mal davon erzählt. Sehr schön. Also das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel davon, wie diese konstruierten Wahrheiten am Ende funktionieren. Damit macht man sich selber auch interessant. Und wenn man dann auch in der Doku sieht, wie auf Bob Lazar dann doch auch in den Medien gefeatured wird, auf der einen Seite. Und die Tatsache, dass er immer wieder sagt, ich will gar nicht in der Öffentlichkeit stehen. Und mir ist das eigentlich total unangenehm. Finde ich es dann aber doch bezeichnend, dass seine Frau zum Beispiel alle Zeitungsausschnitte und alle Fotos von ihm zu Hause sammelt. Feinsäuberlich. Und die dann auch der Kamera präsentieren kann. Also scheinbar ist ja doch eine gewisse Eitelkeit vorhanden in der Familie. Und dass man einen Zeitungsartikel sammelt, ist ja auch interessant. Wenn es einem egal wäre, würde man die ja nicht sammeln und aufheben. Und dann in der Lage sein, diese ganzen Artikel der Kamera zu präsentieren, fand ich auch ein bisschen merkwürdig tatsächlich. Also da passen einige Dinge nicht zusammen. Wir werden euch sehr, sehr viele Detailinformationen noch verlinken. Das Material ist immens, was man da findet. Skeptiker hat extrem viel Arbeit investiert, ganz viele Aspekte nochmal beleuchtet. Das kann man gar nicht aufbereiten, kann man aber sehr gut nachlesen. Und jeder, der da Bob Lazar auf den Line bisher gegangen ist, kann da mal schauen. Und es ist eben nicht so, dass Kleinigkeiten aus seiner Biografie hier das Problem sind, sondern die Gesamtperson Bob Lazar und auch das, was er erzählt, am Ende nicht genügend Glaubwürdigkeit haben, wenn man sich genug mit dem Thema auskennt. Vielleicht, obwohl wir es natürlich alles verlinken, zwei kurze Seitentipps hier schon mal audio-mäßig im Podcast. Also eine ganz interessante Quelle ist das Blog von dem Tom Mahut, was ich am Anfang erwähnt habe, www.otherhand.org. Das ist auf jeden Fall ganz informativ. Und dann gibt es natürlich die große Area 51 Research-Seite dreamlandresort.com, wo unter anderem ein Deutscher maßgeblich beteiligt ist. Der hat das Ganze gegründet, ein gewisser Jörg Anu, der schon seit Jahrzehnten mittlerweile in Nevada lebt und also wirklich der absolute Experte ist und der wahnsinnig viel Material zusammengetragen hat, was den ganzen Fall Lazar angeht. Also da findet man halt diese Physiker, die sich mit seinen Äußerungen auseinandergesetzt haben, Details über sein Leben, also Schnipsel, die aus dem Internet zusammengesammelt wurden. Also da kann man sich wirklich stundenlang mit dem Thema beschäftigen. Und der sieht das halt auch extrem kritisch, obwohl er selber sich sehr intensiv mit Area 51 und UFOs und so weiter beschäftigt. Und man muss sich schon natürlich fragen, wenn 1989, da die Technologie schon einige Jahre betrachtet wurde und funktioniert, ich wage zu bezweifeln, dass man dann nicht in der Lage wäre, innerhalb der letzten 40 Jahre diese Technologie so weit zurückzuentwickeln, dass man sie nutzen könnte. Und ich glaube, das Land, die Firmen, wer auch immer so eine Technologie auf den Markt bringen würde, also Antigravitationstechnologie, die ja Verbrennungsmotoren, wie sie denn auch immer geartet sind, überflüssig machen würden, das wäre die absolute neue Weltmacht und das würde Amerika, glaube ich, sehr gut zu Gesicht stehen, wenn sie das einfach nutzen würden. Aber dieses Motiv, etwas zu entwickeln, um es dann dem Markt vorzuenthalten, das findet sich ja ganz oft bei Verschwörungsgläubigen, das findet sich im Zusammenhang mit der Pharmaindustrie, das Autoantriebe, das Heimöl gegen Krebs, mit dem man einfach unfassbar viel mehr Geld verdienen würde, als mit jeglicher Chemotherapie. Das wird ja immer vergessen, die verdienen so viel Geld mit Chemotherapie, warum sollte man mit einem Heimöl für Krebs einfach noch viel mehr Geld verdienen könnte? Das würde jeder kaufen, eine Impfung geben, Krebs, damit könnte man so viel Geld verdienen, viel mehr als mit Chemotherapie am Ende. Also insofern, das ist genau ein altes Motiv, wie du schon sagst, Alexa, und das ist halt totaler Bullshit. Und so funktioniert auch die Menschheit einfach nicht. So hat die Menschheit noch nie funktioniert. Neue Technologie ist immer genutzt worden, auch Technologie, die Schreckliches bewirkt hat. Und wir haben die Atombombe ja heute schon einmal gestriffen. Hätte man ja auch nicht nutzen müssen. Aber man hat es genutzt und man hat sie auch geworfen. Und nur damit zu drohen hat nicht gereicht. Also da sehen wir schon, dass wir, glaube ich, als Menschheit eher dazu neigen, Technologie, die wir haben, auch einzusetzen, zum Guten wie zum Negativen. Und wenn wir so eine Antigravitations-Technologie hätten, ich glaube schon, dass die längst auf dem Markt wäre und irgendwer wäre super reich damit geworden. Jetzt wollen wir zum Ende dieses Themas, also glaubt nicht uns, lest nochmal ganz viele Quellen. Und wenn ihr jetzt nur in den Uproforen unterwegs seid, die übrigens ja auch zum Teil sehr skeptisch Bob Lazar gegenüber eingestellt sind, aber in den positiven Seiten zu Bob Lazar gelesen habt, dann haben wir euch jetzt noch ganz viele Quellen hier drunter gehängt, die ihr euch durchlesen könnt, wo ihr nochmal eine andere Sicht auf die Dinger hat oder bekommen könnt. Und dann könnt ihr euch selber ein Urteil vielleicht erlauben. Vielleicht noch eine Buchempfehlung von Bernd Harder, Elvis lebt, aus dem Jahr 2010. Auch er hat einen Abschnitt gewidmet der UFO-Verschwörung und einen eigenen Abschnitt der Area 51-Verschwörung. Beides sehr informativ, überhaupt ein ganz cooles Buch. Ja, schmeiße ich hiermit einfach mal auf den Markt als Tipp. Brauchen wir auch nochmal rein. Genau. So, dann müssen wir jetzt aber doch nochmal erfahren, ob Teile der deutschen Regierung... Die Wahrheit würde die Bürger verunsichern. ...eine Anfrage gestellt haben oder nicht. Die Auflösung Ja, gibt oder ist eine Frage an die Bundesregierung nach den Protokollen und Plänen für einen möglichen Erstkontakt mit außerirdischem Leben real? Oder ist das ein Hoax? Nein, das Ganze stimmt tatsächlich. Es hat diese schriftliche Frage an die Bundesregierung gegeben. Im Juli 2018 hat es die gegeben. Und zwar ist da als Urheber genannt ein gewisser Dieter Janicek von den Grünen, Mitglied des Deutschen Bundestages. Und wenn man sich das anguckt, also man kann sich tatsächlich die PDFs angucken, dieses Briefwechsel sozusagen, dieser Antwort auch, dann sieht man, dass es sich um die Frage Nummer 418 handelt. Das heißt also, das war nicht die einzige Frage in dem Zusammenhang, die gestellt wurde, sondern da wurden ganz viele Fragen gestellt. Und ich habe euch ja am Anfang die Frage vorgelesen, das mache ich jetzt nicht nochmal. Es gibt aber eine Antwort von einem gewissen Dr. Ulrich Nussbaum, Staatssekretär, der dann formuliert hat, für einen möglichen Erstkontakt mit außerirdischem Leben gibt es keine Protokolle oder Pläne, da die Bundesregierung einen Erstkontakt auf dem Territorium der Bundesrepublik Deutschland nach heutigem wissenschaftlichen Kenntnisstand für äußerst unwahrscheinlich hält. Konkrete Fälle, die Gegenstand eines bi- oder multilateralen Gesprächs mit anderen Staaten hätten sein können, sind nicht bekannt. Es gibt dann noch eine Frage 419, die auch in diesem Brief von dem Herrn Nussbaum an den Herrn Janicek aufgeführt wird. Da geht es um Programme auf nationaler, europäischer oder internationaler Ebene, von denen die Bundesregierung Kenntnis hätte, die sich eben mit der Suche nach außerirdischem Leben beschäftigen. Und da, interessanterweise, wird verwiesen in der Antwort auf Nummer 2, der Ausarbeitung des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, die Suche nach außerirdischem Leben und die Umsetzung der VN-Resolution A-33-426 zur Beobachtung unidentifizierter Flugobjekte und extraterrestrischen Lebensformen. Und dieses Ding kann man sich auch als PDF im Netz angucken. Da geht es, ich habe mir jetzt nur die Einleitung angeguckt, da wird das Fermi-Paradoxon angesprochen, da wird SETI angesprochen. Und wer an sowas Spaß hat, der kann da mal reinlesen. Natürlich ist das irgendwie ein Thema, was die Gemüter beschäftigt. Man kann das jetzt entweder für albern halten oder für Teil einer Verschwörung oder eben auch einfach für wissenschaftliche Neugier oder wie auch immer. Und natürlich sind auch wir nicht in der Lage, Beweise dafür zu liefern, dass es niemals möglich sein wird, dass wir in Kontakt mit außerirdischem Leben liefern treten. Da geht es auch um Wahrscheinlichkeiten. Es ist halt nicht sehr wahrscheinlich. Aber es ist auch nicht zu 100 Prozent auszuschließen. Und insofern können wir natürlich da keine konkrete Antwort geben. Aber es ist natürlich ein Motiv, was die Leute schon immer umgetrieben hat und immer umtreiben wird. Ja, und wie ich es ja auch schon oft gesagt habe, ich fände es ja cool, wenn wir in Kontakt mit Aliens treten. Es sei denn, es wird so wie bei Independence Day. Och naja, dann wäre auch mal was los. Also insofern. Feuerwerk. Ich glaube grundsätzlich wäre es sicherlich ein Ereignis, was die gesamte Menschheit drastisch verändern würde. Ob zum Positiven oder Negativen sei jetzt mal dahingestellt und ob die Aliens uns positiv oder negativ gewogen sind, sei auch mal hingestellt. Guckt den Film Arrival, der ist gut. Genau, den kann man sich sehr gut angucken. Aber am Ende muss man festhalten, im Moment gibt es keinen schlüssigen Beweis dafür, dass Aliens uns besucht haben. Was ich persönlich immer auch sehr, sehr interessant finde, ist, dass die Anzahl von UFO-Sichtungen nicht exponentiell mit der Anzahl von verfügbaren Kameras in der Menschheit angestiegen ist. Wir alle haben Handys. Man müsste eigentlich erwarten, nach diesem Hype in den 60er und 70er Jahren, was Aliensichtungen angeht, dass wir jetzt ständig Alien-Bilder im Netz sehen, weil wir alle mit Handy-Kameras und so ausgestattet sind. Das ist aber eigentlich gar nicht der Fall. Und das spricht eher dafür, dass sie uns dann doch noch nicht besucht haben. Also alles mit Wahrscheinlichkeiten. Und das kann morgen anders sein, wenn ein Alien irgendwo hier landet mit seinem Fluggerät. Ich weiß gar nicht, wann müssten die Vulkane ja landen nach der Timeline der Star-Trek-Lore, aber es dauert noch. Ihr werdet es wissen und könnt gerne drunter kommentieren unter die Folge. Wir haben hier nur versucht, nochmal eine kritische Betrachtung zu liefern. Wenn ihr solche Dokus seht, wie die Doku über Bob Lazar, bleibt kritisch, fangt an zu denken, fangt an zu recherchieren, macht euch eure eigenen Gedanken. Und man muss sich, glaube ich, auch ein Stück weit frei davon machen, beeindruckt zu sein von den Tricks, die Filmemacher machen können. Der Film, das sind sieben, acht, neun Minuten, die nur dafür dienen, durch Licht, Musik und eine gesprochene Einleitung, in dem Fall im Englischen von Mickey Rourke, der aber auch nur Plattitüden von sich gibt, aber eine Stimmung einfach zu erzeugen und den Zuschauer reinzusaugen und offen zu machen für etwas ganz, ganz Geheimes, was jetzt einem berichtet wird. Und das sind Tricks, die Filmemacher sehr, sehr bewusst einsetzen können und dessen sollte man sich bewusst sein und dann versuchen, einen Schritt nach hinten zu treten und das etwas kritisch zu beobachten und dann auch zu wissen, wie ich recherchieren kann. Das ist so das, was Huxley da versucht, euch ein Stück weit näher zu bringen. Das Einzige, was ich Coral Bell wirklich hoch anrechne, ist, dass er das Hamlet-Zitat, also es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde. Das kam nicht. Es kam so ähnlich irgendwie schon durch. Genau, ach ja, die Geschichte von Herrn. Aber das kam nicht, denn da wäre ich dann wahrscheinlich völlig ausgeflippt. Schreiend aus dem Raum gelaufen, ja. Also, lest nochmal nach und insbesondere an Philipp, wir hoffen, dass du jetzt ein bisschen mehr, ja, Holz für dein Feuer, das Skeptische Sitzmus weiter bekommen hast von uns. Und danke nochmal für den Tipp, weil die Recherche hat nämlich super viel Spaß gemacht. Genau. Und damit hast du uns sehr viel Freude bereitet. Sind wir am Ende der 236. Episode von Huxley, zweiten Folge im September, nee, August, ist ja noch gar nicht September, September kommt jetzt. Da bin ich auch nochmal total viel unterwegs und da haben wir Ende September auch noch Urlaub. Das heißt, wir können jetzt quasi sofort beginnen, die nächste Folge zu recherchieren. Vielleicht noch der Hinweis, das könnten wir noch erwähnen, dass das Projekt Derivar, glaube ich, so soll ich es aussprechen. Ich habe sie gefragt, wie man ihren Namen ausspricht. Ein Musikprojekt, das so eher auf dem Bereich elektronische Musik und Samplemusik unterwegs ist, gestern eine neue EP veröffentlicht hat, die den Titel Amusement Control trägt. Und auf dieser EP, der erste Track heißt Secondhand Hoax und tatsächlich sind wir die Inspiration für diesen Song gewesen, was uns sehr, sehr freut. Und davon fühlen wir uns auch sehr geehrt. Und es geht da im Wesentlichen um Nummernsender und wir werden euch sowohl das Video als auch die Bezugsquellen für die EP mal verlinken. Da könnt ihr mal reinhören, ob euch das gefällt. Ansonsten finde ich ein sehr schönes Projekt mit etwas, sagen wir mal, nicht Popmusik, sondern man muss sich ein bisschen mehr mit der Musik auseinandersetzen. Aber mir gefällt es sehr, sehr gut und wir haben uns sehr gefreut, als wir vor einigen Jahrwochen da eine Vorabversion bekommen haben und uns jemand mitgeteilt hat, dass er inspiriert worden ist. Die beiden Jungs sind inspiriert worden von von Hoaxilla und das ist schon auch immer wieder faszinierend, dass Aufklärung, das ist ja eigentlich das, was wir machen, Künstler inspiriert ist nicht das erste Mal, dass das passiert. Wir haben ja auch schon von Zeichnern, Comiczeichnern und Malern Werke bekommen, die dann gesagt haben, sie seien da inspiriert worden durch Hoaxilla. Das ist besonders gut, wenn das funktioniert. Aber noch viel wichtiger ist, dass ihr den klaren Blick auf die Realität behaltet, nicht Angst vor Dingen habt, die gar nicht existent sind und gut in der Lage seid, Quellen- und Medienkritik zu betreiben. Und das Ganze soll dann auch noch dazu dienen, dass wir friedlich und schiedlich weiter miteinander zusammenleben können. Oh, wie schön. Das Wort zum Sonntag. Und wir hören uns in Folge 237 dann wieder. Macht's gut da draußen und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Hoaxilla Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben. Aber ihr könnt unsere Arbeit gerne unterstützen mit Flatter oder als Patronen bei Patreon oder über Paypal oder über unsere Amazon Wishlist. Geht auf unsere Seite, klickt auf die entsprechenden Links und dann findet ihr dort die Informationen. Dankeschön. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info.hoaxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.